Also eine ganz tolle Geschichte war natürlich, da oute ich mich jetzt mal als James-Bond-Fan, war halt auch die Geschichte mit Roger Moore, der ja leider mittlerweile schon verstorben ist. Wir haben ihn am Podcast, haben Sie es mal kurz anklingen lassen. Mit dem habe ich ja drei, ich sage jetzt mal wirklich tolle Tage verbracht. Den habe ich am Flughafen abgeholt mit seiner Frau. Damals war er noch mit einer Italienerin verheiratet, hat sich später ja dann scheiden lassen. Und die war etwas anders wie er, sage ich mal vorsichtig. Er war ja total komod, würde man in Bayern sagen. Also ganz ein Netter und der hat auch relativ gleich das Gespräch angefangen. Und ja, was machen Sie so? Und ich habe halt dann erzählt, dass ich Polizeibeamter bin. Ach was? Und mein Papa war selber Polizist. Dann hat man natürlich schon mal ein bisschen so eine kleine Ding. Und der hat sich auch zu mir vorne reingesetzt und nicht hinten rein. Der wollte gleich vorne sitzen und dann haben wir da...